Hallo liebe Freundinnen und liebe Freunde analogen Unterhaltung. Mensch, ich freue mich. Hi. Ich freue mich richtig. Hallo. Dass wir heute mit dir hier sitzen. Dass wir heute jetzt hier sitzen mit Aufbruch zum Roten Planeten. Ihr habt es ja mitgekriegt. Es war echt eine ganz schön kurzfristige Aktion alles. Aber eine glückliche Aktion. Eine schöne Aktion. Das hat man vor allem gemerkt in eurer Reaktion. Ganz viele glückliche Kommentare. Das finde ich immer das Schönste. Nicht nur positive Kommentare. Ach, ich mache das alles so toll. Sondern wo so die Freude auf die Kommentare spricht. Ich wollte schon bei Ebay für über 100 Euro was kaufen. Und Gott sei Dank hat es nicht geklappt. Ja, nee, wirklich toll. Und ich hatte natürlich beim Video, das ist ja immer, dass man weiß es vorher nicht so richtig. Man hat so ein Bauchgefühl. Aber es gibt natürlich auch die Leute, die sagen, das habe ich ja alles schon. Oder was weiß ich und so weiter. Und so richtig weiß man es halt erst, wenn man so aufs Knöpfchen drückt und die Sache startet. Und ja, ich kann aber jetzt schon sagen, ich meine, wenn ihr die gelesen habt, die Kommentare, denke ich, werdet ihr auch den positiven Vibe mitbekommen haben. Auch die Anzahl der Kommentare und so weiter. Es wird klappen. So viel kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ich hatte ja in meinem Video auch betont, dass ich gar nicht so 100% weiß, wo wir eigentlich landen müssen. Aufgrund dieser sehr schwierigen logistischen Fragen, die wir auch immer noch nicht geklärt haben. Aber wir sind jetzt über den 250 Vorbestellungen. Das war für mich so der Mindestpunkt. Und jetzt ist er noch nicht mal durch. Bis Sonntag haben wir ja noch Zeit. Also wir werden das möglich machen. Das wird irgendwie klappen. Und das freut mich sehr. Und jetzt noch mal der Hinweis. Also genau, bis Sonntag, 5.12. gilt auch noch dieser Vorbestellerrabatt von 50 Euro statt 55 Euro. Danach, weil es klappt, läuft es auch weiter. Ihr könnt also weiter vorbestellen. Natürlich, wie bei allen diesen Reprints, haben wir nicht endlos viele. Aber wir werden natürlich das schon versuchen, so zu timen oder so zu machen, dass wir, das Spiel soll ja nicht gleich wieder weg sein. Sondern wenn es geht, so ein Jahr mindestens verfügbar sein auf unseren Ständen in Essen, auf der Berlin Con und natürlich auch online. Aber das weiß man halt nie so genau, wie sich da das so entwickelt. Wie viele Leute es wie schnell jetzt haben wollen. Genau. Also von daher erstmal vielen Dank wieder für das entgegengebrachte Vertrauen. Und jetzt freue ich mich umso mehr, dass wir dieses Spiel wieder bringen. Und dass wir es jetzt wenigstens einmal spielen. Zur Feier des Tages. Ja. Jawoll. Ja, mit euch beiden. Du bist noch nie gespielt. Ja, es ist Jungfrau. Auf mehreren Ebenen. Das ist ein schönes Spiel. Und du hast schon die Spielereihenfolge ausgelost. Ich darf anfangen. Ja, also wenn du grün bist, und das bist du nicht nur hinter den Ohren. Nein, aber du darfst anfangen, auf jeden Fall. Ja, weil es heißt anfangen. Naja, tendenziell hast du jetzt die Rundenanzeige. Wir befinden uns in Runde 1. Hier durch diese schöne Uhr dargestellt. Und ja. Ja, das ist jetzt, sag ich mal, im Endeffekt ist es ja nur so, nur wenn die gleichen. Ja, dann wird die Spiele einfach seine Femm Fatal schon hier liegen. Das ist nicht meine. Das ist nicht deine. Das ist meine. Meine ist runtergefallen. Alles hat seine Femm Fatal 2. Die schönen Frauen hat er alles schon gehen lassen. Mann, 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 Mann. Gut, wir haben schon alles vorbereitet. Das heißt, jeder von uns hat jetzt schon eine Auftragskarte ausgesucht. Ich muss mich nochmal einstellen hier. Und ja, es würde ich sagen, geht einfach sofort los. Wir haben ja keine Zeit zu verlieren. Und jetzt muss man erst mal gucken. Ja, man muss erst mal überlegen. Ich sitze einfach in Phobos drin. Du sitzt in Phobos und die würde theoretisch losliegen bei 5. Außer du spielst natürlich irgendwelche Karten. Ich bin gelb. Ich muss mich noch an meine Spielerfarbe gewöhnen, weil richtig rot gibt es hier in diesem Spiel nicht. Wir haben halt einfach nur drei Raketen. Ja gut, aber ich habe gewählt. Wir werden jetzt hier so die geheimen Karten hier schön hinlegen. Und ja, ich weiß nicht. Man muss es natürlich immer dazu sagen. Aber ich denke, es ist klar. Unsere schönen Tokenschalen gehören natürlich nicht zum Spiel dazu, sondern sind extra. Aber die könnt ihr dafür jetzt auch schon jetzt euch holen. Müsst ihr nicht bis Sommer warten. Übrigens natürlich auch diese Lieferzeit. Also nur nach jetzigem Kenntnisstand ist es im Sommer da. Auch Pickup Berlin Con. Ich meine, wir drücken alle ganz fest die Daumen und das auswählen. Und ich persönlich freue mich auch über jeden, der Pickup Berlin Con auswählt. Weil das heißt ja auch, dass ihr zu Berlin Con kommt. Das finde ich natürlich auch toll. Aber wir machen das so. Sollte es natürlich zu Berlin Con nicht rechtzeitig fertig werden. Entweder nächste Berlin Con Pickup oder ihr holt es einfach in Essen ab. Oder ihr könnt auch nachträglich auch noch natürlich versandt. Aber wir drücken einfach mal die Daumen. Das wird klappen für die Daumen. Haben wir jetzt alle die gleiche Karte gelegt? Natürlich. Nein, wir machen jetzt die Karte. Ja, sag ich doch. Wo ist der Countdown? Wo ist der Countdown? Ich bin so aufgeregt, dass ich das Wichtigste am Spiel vergesse. Also 10. Oh, 9. Ich habe mir die Nummer gar nicht gehalten. 7, 6, 5 jetzt. Oh, meine andere Karte. Warst du schon Saboteur hier gespielt? Was? Setze einen Astronauten in ein angedocktes Schiff und zerstöre ein angedocktes Schiff. Das geht halt. Du darfst übrigens deins auch zerstören. Also wo deine Leute drüben sitzen. Ja, ja. Das kannst du machen. Hast du da eine Idee? Schauen. Wo muss ich denn hin? Du wirkst jetzt sehr überrascht, als wenn der Saboteur dich selber überrascht hätte. Was? Er hat eine Bombe dabei? Ich dachte, das wäre eine Attrappe. Was ist das für eine affissive Spielweise hier? Ich dachte tatsächlich, dass... Du kommst zu mir in meiner Rakete. Wieso deine? Ich dachte, du hattest so einen Code, eben hast du so einen kleinen Schlenker gemacht. Ich bin mir nur noch nicht so sicher. Ja, doch, ich infiltriere dich und zerstöre ihn. Wo ist denn der Nexus? Hier, ich gehe schon mal in den Soldaten. Das kann mich überhaupt nicht stressen. Okay. So, dann geht es. Das kann sich überhaupt nicht stressen. Wir waren bei 5, dann geht es weiter mit 4 und dann die 3. Und das haben wir ja schon gefühlt, so ein bisschen gespoilert. 3, ne? Du hast auch die 3. Ah, guck mal, es kann nur einer machen. Ja, und das Gemeine ist... Den Fehler habe ich dieses Mal nicht gemacht. Naja, was heißt, du hast ja eine fucking Rakete jetzt zerstört. Ja, für euch, weil ihr die 3 gespielt habt. Ja, ja. Ich habe gerade noch gesagt, der Schwarzspiel spielt keine Rolle. Ja, dafür schon extrem. Überhaupt nicht. Guck mal, wir fahren schön gemeinsam zur Wand. Oh Gott, das ist aber auch nicht so toll. So, sind gestartet, weil wir 4 Leute sind. Das ist so, wir haben ja die Regeln jetzt gar nicht erklärt. Also, wir haben mal diese Karten, die Reihenfolge festlegen. Letztlich guckt man drauf, was die Karten machen. Saboteur war klar. Ja, die Reisebetreiterin kann halt 3 Astronauten in ein angedocktes Schiff setzen, aber nur, wenn es geht. Ja, ansonsten versucht man so viel von der Karte auszuführen, von oben nach unten. Ja, die Reisebegleitung ist quasi so eine Ausnahme, weil wenn da von einem Teil nicht geht, es müssen genau 3 sein, ist also jetzt in meinem Fall das so ein bisschen dumm gelaufen. Ja, genau. Und eine Rakete haben wir zum Starten gebracht, weil die voll war, 4 Leute. Und ja, die können wir jetzt zurücknehmen zu unserem Abwehr, also kriegen wir nicht auf die Hand wieder. Erst wenn man die neuen spielt, kriegt man die Karten wieder zurück auf die Hand, wodurch man natürlich jetzt auch ausrechnen kann. Also dein Saboteur ist draußen, das haben wir uns schon mal gemerkt. Ja, das ist auch keine Geheiminformation, also das kann man auch nachgucken oder immer wissen. Also die liegen theoretisch offen da, also das muss man sich jetzt nicht merken. Und jetzt wird gelandet und zwar in Wallis Marineris, das ist hier in der Mitte und hier sind diese Token vorher gemischt. Wir wissen erst jetzt, was für Ressourcen es hier zu holen gibt und es gibt die mittlere Ressource. Also zwei Punkte wert nachher bei den Produktionsphasen, weil darum geht es im Spiel natürlich, man will diese Punktechips holen. Es gibt drei Produktionsphasen, in der ersten kriegt man eine, wenn man die Mehrheit hat irgendwo, der zweiten, die zwei und dann drei. Und es gibt halt Wertigkeiten von eins bis drei. Und ja, hier in dem Fall hätte ich jetzt die Mehrheit, wenn ich jetzt Produktion wäre, würde ich quasi zwei Punkte kriegen. Aber das ist natürlich noch lange hin. Und andererseits gibt es natürlich auch noch den globalen Auftrag, wenn du die einwärtige Ressource sammelst und der... Das Eis, genau. Genau, derjenige bist mit dem meisten, kriegst du nochmal neun Siegpunkte dazu. Das ist gar nicht so wenig. Jetzt kriege ich Lust auf Wassereis und nicht hier so Eis im Wetter. So, ich habe hier neue schöne Raketen aufgedeckt und es geht gleich weiter. Neue schöne Raketen. Und nachher, genau, natürlich den Rundenzahler, die zweite Runde. Und jetzt wärst du Startspieler, weil du ja quasi als Letzter dran warst, gar nichts gemacht hast. Ja, genau, der Spieler, der immer der Letzte... Ja, gar nichts. Schön, dass du das nochmal betont hast. Der, der gar nichts gemacht hat. Ach, super. Was ist denn mein Auftrag? Das ist natürlich alles so. Das ist... So. Wobei, nee. Das ist noch zu früh. Das ist noch zu früh. Das ist noch zu früh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe gewählt. Ich auch. Und ich kann jetzt schon sagen, dass ich auf jeden Fall... Naja, ihr werdet sehen. Ihr werdet sehen. Ja, also, den darf ich mal runterziehen. Zehn gibt's ja natürlich nicht. Neun, acht, sieben, sechs. Sechs. Ja, man muss sich das merken, was man... Warte, ich hatte doch auch was. Warte, ich hatte doch... Ja, Lola, das ist meine Karte. Ich hatte sieben, Entschuldigung. Ja, das ist so... Aber das ist halt auch so... Das ist halt die Arbeit, das kommt aus. Und ich kann natürlich auch sagen, gibt's Wissenschaftler, gibt's das. Na, ich halte die Wissenschaftler. So, ich war jetzt so von mir selber hingerissen, wie ich da runtergezählt habe. Aber wir haben nicht drüber nachgezählt. Also, Wissenschaftler. Er ist einer der besten herunterzählenden Personen, die ich kenne. Insgesamt zwei Astronauten in ein oder zwei angedockte Schiffe und sie ja entweder eine Ereigniskarte oder sieh dir eine Ereigniskarte an. Eigentlich fast einer der interessantesten Charaktere, weil ich kann jetzt erstmal zwei Leute setzen. Das könnte ich gleich loslegen. Tritonis, Sinus. Ah, das hört sich doch sehr gut an. Also, insgesamt zwei. Dann fliegen wir zusammen einfach mal los. Und jetzt gibt's halt diesen Ereigniskartenstapel. Da krieg ich jetzt mal eine Karte. Falls jetzt hier schon eine Karte auslegen würde, könnte ich mir die angucken. Und diese Karten gibt's halt drei verschiedene Arten. Es gibt Aufträge, da haben wir schon mal einen. Also so Siegendbedingungen, kann man sagen. Es gibt Entdeckungen, die ordnet man so Außenbezirken zu. Und die können halt alles nochmal auf den Kopf stellen. Deswegen ist halt wichtig, dass man eventuell auch welche anguckt, die schon da liegen. Oder so Aktionskarten, die man einmalig irgendwann triggern kann. Ah, gut. Okay. Alles klar. Das war also nicht so eine tolle Karte. Also ich war bei sieben, jetzt sechs. Sechs. Ja, bitte. Ich bin dabei. Ich bin ein Geheimagent. Setze insgesamt zwei Astronauten in zwei verschiedene angedockte Schiffe und zwinge, ein noch nicht vollbemanntes Schiff zu starten. Tja, da hast du nicht sehr viele Optionen. Außer welche Schiffe. Das heißt, du fährst jetzt, also fliegst jetzt alleine Richtung. Ich benutze natürlich diesen Kartenhalter genauso, wie er gehört. Ich mag das gar nicht. Ja, aber ich habe dann auch festgestellt, wenn man die natürlich auch ordnet, dann könnte man, also so püppig sind wir natürlich nicht, schon wissen, was für eine Karte da hingelegt wird. Aber wir machen es ja mehr oder weniger simultan. Melli, das finde ich super, dass du das gemacht hast, weil ich hatte jetzt gefühlt schon Angst, dass ich irgendwas hochjagen muss. Aber jetzt komme ich trotzdem in die Verlegenheit, mich selber in die Luft zu spüren. Also, das ist so eine geteilte Freude. Ich wusste schon, als ich die Karte gelegt habe. Jetzt ist natürlich die Frage, musst du diesen einen Astronaut mit reinsetzen? Ja, ja, das muss ich machen. Okay. Also, und ich darf den ja nicht in eine gestartete Rakete setzen, sondern ich muss den jetzt hier reinsetzen. Aber vielleicht, das ist diese... Guck mal, das ist ein richtiger Saboteur. Der rennt super rein. Ich bin immer noch so ein bisschen im Bloodrange-Modus. Ihr werdet es hier nicht. Ich werde nämlich die Valhalla-Strategie gleich fahren. Irgendwas, also all meine toten Soldaten. Glaub ich sowas. Okay, also das geht in die Luft. Ja, weil es das einzig angedockte Schiff war. Okay. Ich habe bis jetzt noch... Nichts gerissen hier, nur verrissen könnte man sein. Die Tonis Sinos ist da oben. Da. Warum hast du denn du die ganze Zeit die Mehrheit? Was heißt denn hier überhaupt? Siehst du das in der Mitte? Ah, okay. Das ist Eis übrigens, ne? Das ist Eis, ja. Ja, ich bin ja jetzt gerade die Mehrheit mit dem Eis, aber das bleibt ja so nicht. Okay, jetzt nach zwei und schon, jetzt ist Melli Startspieler. Zupi. Ah, okay. Melli ist Startspieler? Ja, weil sie im Saboteur hatte, ja. Nee, ich hatte den auch. Aber du hast es nicht. Ja, ja, ich bin wieder, aber... Ich bin wieder Startspieler, aber tendenziell ist es ja wieder... Tja, was ist denn jetzt los? Okay. Das kann ich natürlich... Okay. Gut, dann darfst du mal zählen. Ich darf mal zählen. Ich muss mir immerhin eine Nummer mal merken. Also, neun, acht, sieben... Ja, das bin ich. Ich bin Wissenschaftler. Setze insgesamt zwei Astronauten in ein oder zwei angedockte Schiffe. Dann geht's hier hin und immer noch hier hin. Eine Ereigniskarte darf ich ziehen. Wenn es jetzt eine Entdeckung ist, dann legst du es halt hin. Genau, Aktionskarte kannst du natürlich triggern, wenn du möchtest. Okay, und die werden dann auch erst später getriggert, ne? Die werden erst hier ganz am Spielende getriggert. Also vor der letzten Produktionsphase werden die aufgedeckt alle. Und es darf auch immer nur eine von diesen Karten an diesen Bereichen liegen. Na gut, dann geht's... Ist denn hier Tritonis auch eine Außenzone? Ja, da oben, genau. Die einzige mittlere Zone, in der ich... Nee, ich weiß die auch. Ach ja, die... Okay. Dann geht's weiter. Sechs, fünf. Ja, fünf. Saboteur, Saboteur. Ja, na gut, da muss ich jetzt natürlich leider hier... Hallo. Du müsstest theoretisch nicht... Ah, nee, Nixer, guck mal, du fliegst doch los. Mit zwei fliegt sie los. Ich kann nur ein angedocktes Schiff zerstören. Ja, das ist deins oder die Vier? Das war aber ganz knapp. Ja, das ist natürlich die Vier. Ich zerstör mich doch nicht selber. Ja, das hätte ja sein können. Weiter geht es mit der Vier. Ich habe jetzt hier nämlich mal die Femme Fatal gespielt. Setze einen Astronauten in ein angedocktes Schiff und wähle ein Schiff oder eine Zone mit mindestens einer meiner Leute. Also ich setze erst mal hier einen. Und dann kann ich jedenfalls einen gegnerischen Astronaut austauschen. Der Ausgetauschte, der... Na ja, Austauschen, der stirbt halt auch. Du kannst ja auch schon gestartet in dem Fall. Ist das irgendein Schiff oder... Ich würde aber einfach mal hier... Du tauscht einfach mich aus. Okay. Tada. Da war eigentlich in deinem Herzen war ein gelber. Zack. Und du... Ja. Der Femme Fatala. Ey, aber du stehst hier nicht auf die Grenze. Ah, mir gehören beide Gebiete. Bad am Tag. Ja, alles klar. Dann geht's gut. Du fliegst nach Mara, September. Ja. Sag mal bitte. Oh. Das ist die wertvollste Ressource. Drei Punkte. Eieiei. Dann geht's schon in Runde vier. Ihr seht schon. Ja, also zu dritt geht das natürlich echt fix. Es ist natürlich aber auch wirklich das... Also zu dritt würde ich sagen, ist halt minimals vernünftige Zusammensetzung. Du kannst ja bis zu sechs spielen. Ist ja eigentlich auch die Stärke des Spiels. Aber jetzt hier hätten wir jetzt auch nicht mehr als drei Personen Platz gehabt. Von daher passt es schon. Und dann haben wir es euch auch schnell gezeigt, wie das zu dritt schnell zu Ende gehen kann. Jetzt ja, ich hab hier... Ich hab hier mal so leicht aufgefächelt. Also Saboteur kann uns jetzt erstmal nicht mehr überraschen. Muss man mal festhalten. Also nach zwei Runden wird schon produziert, ne? Ja, genau. Eine ist mit dem Produktionspunkt. Okay. Zehn, neun, acht. Acht bin ich. Ich hab mich die Forscherin. Ich kann ein in ein angedocktes Schiff setzen. Alles Marineras, wo ist denn das? Ist das hier? Mhm. Ah ja, das tut's gut. Bei der Forscherin gefällt mir auch richtig gut, wie sie animiert ist. Also wie sie gezeichnet ist. Mit Hund. Mit Hund, ja. Aber auch die Haare, die flattern so schön. Sehr schön. Also, Walles Marineras abgehoben. Und jetzt kann ich noch bis zu drei Bewegungen auf dem Mars machen. Du kannst ausschwärmen. Hui, guck mal her. Fliegt da jemand hin? Oh ja, hier fliegen die Reihen von da. Ähm. Zwei. Ich hoffe, wenn man Eis dran will. Drei. Dann hab ich ausgeschwärmt. Gut. Sieben. Jetzt hab ich mal hier den Forscher gespielt. Hier auch wieder setze ich insgesamt zwei Astronauten ein. Ich würde das mal... Und dann ziehe ich auch mal so eine Karte. Ich könnte mir jetzt die angucken. Ich ziehe aber lieber mal eine. Na gut, dann möchtest du noch weitererzählen oder soll ich einfach... Fünf, vier. Das gehört dazu. Drei. Okay. Ja, ich hab die Reiseberaterin mit drei Astronauten in dasselbe angedockte Schiff, wenn das möglich ist. Ja, ich hatte eigentlich gehofft, hier auf Türenum landen zu können. Hast du gehofft, ja. Und das muss auch nicht sagen, es war echt lustig. Ich hatte jetzt so kurz eine Partie, haben wir... Ach, du hast ja auch mitgeschrieben. Meine Kinder. Genau. Und die hatten richtig Spaß an dem Counter. Die hatten richtig Spaß an dem Counter. Ich mein, die ist eigentlich auch ein bisschen zu jung, ja. Vor allem mit Tochter sie ist sieben. Die hat natürlich wirklich irgendwas gespielt. Aber die hatte so Spaß, weil die hat echt so dieses... Und vor allem war sie ja dann auch Führende. Also obwohl sie total ohne Plan gespielt hat, hatte sie die ganzen Eiskristalle, die günstigen aber halt wirklich viele... Ich musste natürlich den Kindern auch... Ich hab da auch nicht wirklich mit Plan gespielt. Aber ja, sie hat das irgendwie ganz gut gepasst bei ihr. Also ich muss sagen, für Kinder auch schon ein cooles Spiel. So, ja. Nur, dass es eine Raumschiff landet. Ja. Und zwar da, wo wir auch schon sind. Und ein zweiter. Nein, nicht, dass wir das vergessen. Fünf. Also jetzt nach der Runde gibt es zum ersten Mal... Gibt es was? Gibt es was? Und dann geht es natürlich klar um Mehrheitenwertung. Mehrheiten, ja. Na ja. Okay. Gut. Jetzt ist es auch schon ziemlich voll, ne? Da ist schon einiges los, jetzt, ne? Na gut, haben alle auf mich gewartet. Ja, also 10, 9, 8, 7, 6, okay, dann haben wir den Geheimagenten, setzt insgesamt zwei Astronauten ins, oh, Entschuldigung, das sind deine, nicht, dass ich jetzt da bin, ja, 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 die wollen auf diese Startspieler, da haben wir voll nicht drauf geachtet. Melli ist, ja, also zwei unterschiedliche Raketen darf ich jetzt sehen und dann darf ich noch ein nicht bemanntes los, also zwingend los zu fliegen. Ich würde das mal hier machen, das fliegt los und dann würde ich einfach mal, wo ist dein Sinus, wo fliegt denn Sinus hin, haben wir da schon was aufgedeckt? Da, wo schon richtig viel los ist. Da, wo schon so eine richtige Party los ist. Ja, 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 und dann liegt da auch noch eine Karte dran, das kann... Oh, die Karte, die kommt erst ganz am Ende. Ja, aber das kann ja nicht, das kann eigentlich nicht gut sein, aber was ich ja machen kann, ist das hier, dann fliegt die los. Und die fliegt auch los. Und die fliegt auch los. Ja, was, ach so machst du das? Ja. Zwei, äh, okay, das wollte ich auch mal, mein Geheimagent hat richtige Arbeit. Also fünf, ja, vier, drei... Habt ihr alle eins gespielt, oder was? Zwei, eins. Alle den Piloten gespielt. Ja, wir haben natürlich beide eins, aber das Problem ist, du kannst nur ein angedocktes Schiff, aber wir dürfen auch ein gestartetes Schiff. Ja, ja, ihr dürft das Zielplättchen ändern. Also jetzt ist es nochmal, wenn ich das hier woanders landen lasse, kannst du das auch nochmal? Ich würde sagen, ja. Ja? Aber ich kann auch mal lesen, das ist jetzt ein Spezialfeld, das ist, wenn ich nicht weiß. Ansonsten haben wir hier natürlich die schönen Bezeichnungen, wo es hingeht. Ja, man darf es ein, man kann das Ziel ein zweites Mal ändern. Aha. Da ist es sozusagen gut, dass ich nicht Startspieler bin. Wo willst du denn hinfliegen, Meli? Also das kannst du natürlich... Ich gehe nach Osonia. Also Tritonis Sinus geht nach Osonia. Ach so, vorher muss ich auch was anderes machen. Setze insgesamt zwei Astronauten hinein oder zwei angedockte Schiffwerte bisher. Das heißt, das hier haben wir jetzt auf... Das fliegt nach Osonia, finde ich das gut. Das wissen wir auch noch nicht, was es da gibt für eine Ressource. Aber nee, das ist in Ordnung, weil guck mal, Mariturrenium will ich ja nicht verhindern. Gib mir mal Surtis Major. Da dürft ihr euch hier um das Ding kloppen. Surtis... Ja, genau. Da in der Mitte. Genau, das fliegt nach Surtis Major. Ah, toll. Genau, und das war es schon. Das heißt, jetzt die fliegen einfach da hin. Meine Dudes, die wollen doch da hin. Ja, genau. Ja, gibt es auch nur das. Es gibt jede Menge Eis, muss man festhalten. Genau, und das kommt weg. Ja, und jetzt gibt es zum ersten Mal endlich Belohnungen. Endlich. Produktion. Also, das können wir einfach durchgehen. Hier kriege ich ein Eis. Hier kriege ich eins von den Dreier. Ich kann mir immer nicht merken, wie ist der Celerium oder irgendwie sowas. Ein Dreier. Was ist hier los? Hier kriegt Gelb so ein Zweier. Wunderbar. Immer ein Etwas. Hier kriegt Melli in Einer. Gelb in Einer. Ich kriege noch ein Zweier hier bei Valis Mariners. Dann kriegt Melli hier ein Dreier. Und ich kriege noch ein Einer. Und das war es. Noch ein Eis-Eis-Baby. Ja. Tipp, 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 tipp. So. Das war denn auch schon unsere erste Produktionsphase. Ja, das geht gleich weiter. Und diesmal bin ich Startspieler, weil ich der Zweipilot war. Wir müssen noch neue Raketen. Neue Raketen, genau. Gucken wir mal, wo es lang geht. Warten bis dahin noch gar keine Wild. Gibt ja auch Raketen, wo man irgendwo hinfliegen kann. Okay. Na, wer traut sich schon, den Anwerber zu spielen. Meine Strategie ist so durchgeplant bis zum Spiel, dass ich immer nur alle Karten unterscheide. Ich verstehe. Das ist alles schon durchdacht. Ja. Ganz genau. Wann ihr eure Saboteure spielt und so. Das ist halt offen wie ein Buch. Okay, ja. Was war noch mal meine Nummer? C? Neun. Acht, acht. Ich habe hier acht. Du hast die acht. Ja, doch. Die Forscherin. Niemand hat die neun. Immer noch spielen wir einfach. Setzt sein Astronaut in ein Ange. Ich will immer von Melli hier nehmen. Herrlich. Das Schiff. Und so richtig toll. Leider fliegt irgendwie nicht so richtig was hin, wo ich möchte. Aber ich will vielleicht da nochmal hin. Also Hellas ist noch komplett unerforscht. Das ist auch interessant. Für Phobos auch. Ich fliege mal hierhin oder gehe erst mal hierhin. Und dann darf ich drei Bewegungen auf dem Mars machen. Und ich würde mal hier mit eins, zwei Leuten hierhin gehen. Was willst du da? Dass du da deine Mehrheit da wegnimmst. Das könntest du natürlich tatsächlich Hellas auch noch. Ne, da komme ich. Aber eine Bewegung ist ja auch. Noch mit dem hier könntest du. Ja, mit dem hier. Ja, klar. Aber ich will. Kannst du machen. Ich sage dir nur, dass du es machen kannst. Nicht, dass du es machen sollst. Ja, das stimmt auch wieder. Aber vielleicht gehe ich schon mal in die Richtung. Okay. Sieben waren wir. Das kann ich sehen. Ich bin dafür eine Sechs. Hier. Geheimagent. So ein bisschen, oder? Ja, ja. Der sieht einfach aus wie ein Schüler. Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, der sieht aus wie ein Hunter. Also, naja, die Frisur stimmt nicht so ganz. Den müsstest du so ein bisschen hoch nach hinten. Aber ja, die Brille, die hat was von mir. Das gebe ich zu. Bin ich offen. So, zwei sind zwei unterschiedlich. Und dann darf ich welche zu. Melli mit ein bisschen längerem Haar. Ein bisschen röter. Was ist denn Tritonis? Ja, stimmt. Ich brauche hier so eine Fliegerbrille. Tritonis Sinus. Ach, nee. Tritonis Sinus ist doch voll. Da geht es ab, ey. Da will keiner hin. Hallo? Nee, dann mache ich das hier. Und dann dürft ihr schön nach Tritonis Sinus fliegen. Also, nee, du darfst dann da hinfliegen. Weil ich darf eins. Na gut. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Zwei. Weil die Piloten hast du schon gespielt. Ja, das ist richtig. Ich bin Soldat. Okay. Sieht auch irgendwie total steif und lustig aus. Ja. Setze einen Astronauten in ein angedocktes Schiff und töte einen Astronauten auf Phobos oder in einer äußeren Marszone und bewege bis zu drei deiner Astronauten von Phobos auf eine oder mehrere beliebige Marszonen. Alles gut. Den letzten Teil können wir weglassen, weil ich habe keinen auf Phobos. Das ist kein auf Phobos. Und ich möchte Sinus Sabi. Ja, komm, dann gehen wir hier hin. Dann startet die auch gleich. Genau, die startet. Reißt gleich die ganze Basis mit sich. Und einen darf ich töten. Am Rand. Ja. Also eigentlich sind nur die da sicher. Ich töte dich. Oh, aua, aua. Also, ich will nur mal sagen, bei mir wurden schon drei getötet. Nee, Quatsch. Die fliegen einfach ganz fröhlich im All. Die haben einfach ein Ziel. Ja, genau. Ziel ist halt die Unendlichkeit. Die schweben in der Unendlichkeit. Ja, du kuschelst hier halt mit dir selber. Nee, ich versuch da. Sinus Abenus ist Sabios. Das ist jetzt hier. Ja, das ist in Ordnung. Ja, das ist in Ordnung. Das ist jetzt halt dieses Eisgebagel. Okay, eins weiter. Wir sind bei Runde sieben. Und ja, langsam wird es aber eng, Leute. Guck mal, jetzt geht es hier nach Hellas. Jawohl. Wenn man möchte. Wenn man möchte. Ja, ich habe gewählt. Na, Rundenzähler haben wir eins weiter gemacht. Ja, haben wir gemacht. Wir sind in 0,7. Jetzt bin ich ja mal gespannt, so ein bisschen, dass es aufgeht. Ich habe halb drüber nachgedacht. Gut. Was war noch mal meine Nummer? Nee, warte. Nee, das war nicht. Was soll ich sagen? Also 10, 9. Keine 9. 8. 8. Ich bin die rotlockige Forscherin. Einen Astronauten auf ein angedocktes Schiff. Ja, auf nach Hellas. Mach bis zu drei Bewegungen mit deinen Astronauten auf dem Mars. Das kannst du natürlich von der Sonja auch einfach nach Hellas laufen. Aber vielleicht ist da auch nur Blödsinn. Ja, mal gucken. Jetzt werden wir es ja gleich sehen. Ah, ist nur Blödsinn. Naja, Eisheit. Immerhin kann man. Eins, zwei und. Und wir wissen ja auch nicht, was sie noch für Aufträge sind. Du hast mich hier gekillt und jetzt bist du da allein gelaufen. Hat sie ja gemacht. Das ist wirklich, also ich weiß nicht so recht, was ich da gerade sage. Und sie hat auf jeden Fall hier die wertvollen Ressourcen aktuell. Ja, die will ich für mich haben. Wann ist eine Produktion? Ja, bald. Nichts danach. Ja, nicht mehr bald. Gut, sieben? Kannst runterzählen. Sechs, fünf, vier. Ich bin vier. Oder? Ja. Oder? Ja, genau. Ich kann ein angedocktes Schiff... Ja, guck mal. Ich könnte da einfach... Was ist das eigentlich gut? Nee, das ist eigentlich nicht gut. Das ist eigentlich gar nicht so toll. Und dann könnte ich einen ersetzen. Ah ja, guck mal. Aber ich kann das so machen. Und jetzt ersetze ich einen Gegner von Astronauten. Du musst aber auch da sein. Okay. Weder ein Schiff oder eine Zone mit mindestens allen deiner Astronauten. Naja, ich muss da sein. Ich warst nur bei Wallis. Ja. Ja, darum macht es Sinn. Hier kommen wir. Hallo. Ja, du hast mich auch schon ersetzt. So. Okay. Drei. Doppelspielen. Zwei. Eins. Bis Pilot. So. Setze insgesamt zwei Astronauten in ein oder zwei angedockte Schiffe. Und dann darf natürlich der umgeleitet werden. Siehst du, ich habe schon wieder auf die hängen. Das ist wirklich schlimm mit mir. Das ist wirklich schlimm mit dir. Der ist hier schon gestartet. Der ist auf zwei. Und wir könnten jetzt nach... Hellas ist ja jetzt irgendwie nicht mehr so geil. Vielleicht hier. Und du willst da an den Rand fliegen. Gibt es irgendwie noch was, was unangenehmer ist eigentlich? Das war schlecht geplant von mir. Dann würde ich mal... Du schickst mich woanders hin, oder was? Nee, nee, nee. Ich kann ja auch meinen Schiffe. Dann kannst du das noch. Ja, sehr gerne. Mach das. Ich fühle mich da ganz wohl unter Pinken. Ja, es ist... Melly besetzt wirklich beide wertvollen Dinger. Das müssen wir jetzt mal... Deswegen auf nach Phobos, weil da ist vielleicht noch ein drittes. Ja, das könnte natürlich sein. Ich suche hier dieses... Terrenium-Ding. Wo ist es denn hier? Das nicht. Sind die doppelseitig? Nee. Nee. So viele gibt es noch nicht. Genau. Ach, du fliegst nach da? Ja, mit erst mal... Erst mal wäre das der Plan. Also noch nicht, noch nicht. Aber die Route ist erst mal eingestellt. Okay, ja gut, alles klar. Also das heißt, ich bin hier, wo ich eigentlich gar nicht hin will. Deine Karte. Dann geht es auf die 8. Jetzt wird gleich doppelt produziert. Das war jetzt... Deswegen... Ich weiß schon, was ich spiele. Wer hat denn als... Ja, ich war letzter. Das heißt, ich bin Startspieler. Das heißt, ja... Mal gucken. Ach, das ist doch blöd. Ja. Naja, gut. 10. 9. Ja. Das musste ich jetzt machen. Ich darf als erstes... Jetzt einen Astronauten in ein angedocktes Schiff. Zack. Hier hin. Und ja, dann nehme ich alle und natürlich auch diese Karte zurück auf die Hand. Tada. Ich würde einfach da hingehen. Nee. Ja, doch. Ja, ich nehme auch, es ist langweilig. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Also du wirst irgendwann dran kommen. Oh nein. Sitze ein Astronauten auf ein angedocktes Schiff und wähle ein Schiff oder eine Zone mit mindestens einem deiner Astronauten und sitze dort einen glücklicherischen. Ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass es anders ist. Also entweder kannst du auch Sonja machen oder du setzt es in ein Schiff. Ja, du kannst es bei mir im Mare Serpenten umdrehen. Gleich nur die zwei Möglichkeiten. Ach doch, hier. Nee, hier. Ich finde es auch. Mare Serpentis ist ja hier. Na ja, gut, dann musst du da raus. Ach komm, ey. Ersetze, ne? Perfekto. Also jetzt ist es ja wirklich allerhand. Gut, ja, alles klar. Dann du kommst noch mal irgendwo an. Ja, leider. Tyranium. Ja, das ist... Ich hatte halt gehofft, dass der eigentlich schon vorher dort ist, aber na ja. Und jetzt gibt es noch mal Produktion. Ja, und zwar jetzt doppelte Produktion. Das ist nicht gut. Jetzt läuft es quasi. Also gut. Melly kriegt zwei Eis. Eis, Eis. Du kriegst zwei dieser rosa Dinger. Oh, schön. Hast du mir einen Dreier gegeben? Dann kriegst du zwei der Dreier, kriegt Alex. Das ist schon ein Herb. Ich kriege zwei Eis. Und auch zwei Zweier. Dann kriegt Melly zwei Dreier. Alle auf Melly! Zwei Dreier für dich hier noch. Melly kriegt noch zwei Dreier. Ach so, ja. Zwei Dreier. Zwei Dreier für Melly. Hier noch zwei Einer für Melly. Und ich kriege auch noch mal zwei Einer. Was ist da oben? Haben wir das schon gehabt? Ja. Oder du hast zwei Einer bekommen, oder? Melly? Eigentlich bekomme ich drei Nee, dann kriegst du noch mal weg. Mal zwei mal ein. Dann bekommst du noch mal zwei. Ich glaube, wir haben hier angefangen. Ja, ja, genau. Ei, ei, ei. Ich habe dein System nicht ganz so gut verstanden. Ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher, ob die Punkte geheim sind. Das müsste ich fast noch mal nachlesen. Aber wir können es ja auch mal offen spielen. Dann wisst ihr auch, wo wir stehen. Neun Punkte habe ich. Zehn, fünfzehn Punkte. Jetzt tut er so. Aber wer weiß, was wir für Geheimaufträge noch haben. Ja, gut. Dann geht es jetzt in Runde neun. Also es ist jetzt nur noch sechzehn. Das ist halt wirklich jetzt auch krass. Zwei Aktionen, dann ist Spielende. Dann werden die Entdeckungen aufgedeckt. Dann wird nochmal produziert und dann ist Ende. Okay. Nur Melli ist irgendwie in irgendwelchen Raketen. Das ist doch einfach. Und wir haben wieder volle Kartenauswahl. Unsere Rakete ist so ein bisschen klapprig heute unterwegs. Sie macht so ein paar Geräusche hier. So ist es in der Steampunk-Welt. Da muss ein bisschen geklappert und gefiffen. Ihr habt schon alle Sachen hier. Tja, niemand fliegt noch vor, Boss. Irgendwie ist da nichts los. Keine Ahnung. Okay. Mach mal das. Dann neun. 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 Wunderbar. Unglaublich. Ein Astronauten in ein angedocktes Schiff. Und alle Karten, ne? Ja. Ich weiß, ihr werdet doch bestimmt Schiffe zerstören. Ich kenne euch doch. Da muss ich mich vielleicht einfach überall reinsetzen. Vielleicht. Und nimm alle deine Karten Dann geht es weiter. Acht. Sieben. Ich habe sieben tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das ich glaube auch sieben. Also wir haben beide sieben. Wir waren jetzt mal vor uns dran. Jetzt sage ich, wer war denn als letztes? Ich habe mich nicht gemerkt. Ich würde sagen. Ich hatte als letztes, ja. Ich hatte neun. Wir waren beide neun. Wir waren beide neun. Und davor habe ich glaube ich gestartet. Ja, daran sieht man das natürlich. Wir haben das halt normalerweise. dann bist du jetzt dran. Dann bin ich jetzt. Okay. Gut, also zwei Astronauten. Hellas. Hellas ist total. Zweimal Hellas. Und sie ist dann auch immer. Ich bin überall. Überall. Meli. Sie können nicht an mir vorbei. Ihr müsst immer mit mir leben oder ohne mich. Ich mache das trotzdem jetzt hier. Um loszufliegen. Du kannst dir die Karte da mal angucken und mir sagen, ob das was Tolles ist. Das machen wir jetzt. 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 Okay. Na gut. Und du bist doch hier schon. Sind doch tausend Sachen. Ich hätte jetzt gehofft, dass ich so eine richtig fiese Entdeckungskarte kriege. Aber leider war das nicht. Was machst du mit deinen Leuten? Nee, ich wollte hier nur mal das lesen. Das hier. Da geht ein ganzer Trupp schon wieder hin. Das muss zerstört werden. Ich ziehe jetzt hier so eine Karte. Hast du deinen Leuten auch so schon reingedacht. Ja, ja, ja. Letzte Aktion. Das ist ja so. Also daran sieht man natürlich auch mit drei Spielern geht es wirklich fix. Weil, ja. Die werden jetzt hier natürlich noch hingesetzt. Ja, genau. Die werden noch hingesetzt. Auf, nach, nach. Jetzt muss man richtig hart gucken, was man überhaupt noch machen kann. Oh, nochmal eine Rakete, die irgendwo hingeht. Oh, der Erste, der da was raufsetzt, der darf bestimmen, wo es hingeht. Das könnte man jetzt mit, na, wenn man jetzt eine neun legt, ne, dann dürfte man wenigstens bestimmen, wo es hingeht. Wir haben auch so wenig. Kann ich da noch irgendwas reißen? Dann bin ich jetzt wieder Startspieler, ne, weil es ich als Letzter eben war. Jetzt wird's echt hart. Ja, okay. Meine letzte Aktion in diesem Spiel. Ich bin auch mal extrem gespannt. Guck mal, ob mein Plan aufgeht. Dein durchtriebener Plan. Ja. Mein Spionageplan. Okay. Meinst du, die Karte verändert sich, wenn man sie ganz leicht macht? Ein bisschen macht mir das Angst, weil der Biegungsgrad der Karte, der war kurz vorm Knicken. Das ist das ganz leichte. Neun. Farnik hier. Neun. Warte, was? Nee. Also jetzt in neun spielen wäre natürlich nicht... Ja, das hätte man machen, aber... Sieben. Das ist eine Spannung aufbauen. Sechs. Sechs. Aber bist du ein Startspieler. Ich nicht. Ich bin Startspieler. Setze insgesamt zwei Astronauten, und zwar meine und nicht Mellys, in zwei verschiedene angedockte Schiffe und zwinge ein noch nicht vollbemanntes Schiff zum Starten. Also ich setze mal hier eins rein. Und ich setze hier eins rein. Ach nee, ihr macht jetzt beide Startspieler. Das fährt jetzt los. Und das hier lasse ich starten und das lasse ich nach... Da seid ihr alle ein bisschen platt nach Phobos starten. Na gut, dann ich muss in zwei verschiedene, deswegen kann ich ja nur hier rein. Und es ist nicht vollbemannt, also musst du das hier starten. Ja. Super habt ihr das gemacht. Ja, was hast du denn? Schön. Kannst du noch gestartet haben? Aber immerhin habe ich das, aber ich kann halt nur in ein angedocktes Schiff. Aber jetzt kann ich wenigstens eins wählen. Du kannst austauschen noch. Das kann ich noch mal jetzt austauschen. Und jetzt kann ich natürlich... Ach nee, aber dann ist Gleichstand. Ich wollte Hellas, aber dann ist Gleichstand. Nee, das macht gar keinen Sinn. Doch nee, doch, klar. Guck mal, doch mal, klar. Ich kann den Gelben austauschen. Und dann bin ich in Hellas, habe ich dann die Mehrheit. Ja, das mache ich. Was? Den Gelben austauschen? Nee, 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 das macht gar keinen Sinn. Doch, doch, guck mal, weil dann habe ich drei hier. Nee, das sind... Ach so, weil du dich ja reinsetzt. Das geht aber nicht, weil du brauchst da einen, um das zu machen. Ah, nein, nein, nein. Das ist ja so Mäuschelmörder. Ich könnte den da machen, aber dann bin ich halt Gleichstand. Ach, Mann, ey. Das wird übrigens dann aufgeteilt. Das heißt, wir würden jeder ein Eis bekommen bei drei Eis. Ja, aber immer besser. Aber so würdest du es halt bekommen, ne? Ja, so würdest du es halt bekommen. So würde ich drei Eis. So ist es immerhin besser als gar nichts. Ja, dann mache ich das halt so. Okay, gut, alles klar. Ja, das war's. Also könnt ihr alle ankommen. Och, guck mal, was hier ist. Hier ist nochmal so eine nette Ressource. Ist doch nicht zu fassen. Okay, ja, so. Ups. Oh, guck mal, voller Fahne. Er kam drüber, ja. Ja, genau. Das ist völlig verrückt. Gut, alles klar. Jetzt kommt die Entdeckungsphase. Mal gucken, was da noch passiert. Das heißt, jetzt wissen wir endlich, was hier ist. Was heißt das? Wird abgebrannt? Ja. Ethermagnet. Nimm alle Astronauten aus angedockten Schiffen und setze sie in diese Zone. Das ist verpufft leider. So richtig krass. Also da kann natürlich echt verrückte Sachen passieren, wie irgendwie nur die Geraden zählen oder irgendwas. Das wird nur einmal ausge... Oder plötzlich wird das vertauscht. Es gibt ja noch eins, was nicht mitspielt. Da gibt es wirklich ganz verrückte Sachen. Aber in dem Fall hat es jetzt hier nichts gebracht. Aber das ist natürlich auch Zufall, was man halt sieht. Sonst haben wir jetzt auch keine weiteren. Sonst haben wir keine. Dann gibt es jetzt dreier Ressourcen. Ja. Ich würde ja sagen, diesmal können wir die Ressourcenplätschen umdrehen, damit wir wissen, welche wir gewählt haben. Genau. Also das geht... Es wird geteilt. Das bekommt jeder eins von uns. Jeder bekommt ein Eis. Und wir können es ja mal richtig machen. Ein Überbleibsel an Eis bleibt dann auf dem Planeten liegen. Ist jetzt wurscht, weil wir das nicht kriegen können. Aber in anderen Ressourcenphasen wäre das natürlich... Wäre das so, ja. Man sammelt sich das so ein. Bekommt hier der Alex hier drei Dreier? Was? Der Alex? Ich weiß es nicht, warum es so ist. Ich bekomme aber drei Einer. Oh, guck mal. Der Mann aufs Eismonopol. Ja, meine letzte Chance, um euch Paroli zu bieten, ist das Eismonopol. Dann, aber hier kriege ich immerhin drei von den Zweiern. Ja, Melli hier mit ihrer... Ich weiß auch nicht, was das soll. Hier ihre... Ihre pinke Armee... Da ist irgendwie... Da wird noch Party gefeiert. Hier ist sie einfach ganz alleine und kriegt trotzdem drei. Drei Eiskugeln. Aber hier kriege ich drei. Und da kriege ich nochmal drei. Und da kriegst du auch nochmal drei. Sag mal, das mit dem Eismonopol. Du hast kein Eismonopol. Ah, das wird nicht klappen. Und ich kriege nochmal... Hier kriegst du drei. Und dann kriegst du noch für Phobos auch nochmal. Das ist natürlich das Geil. So einfach als letzter. Einfach einmal nach Phobos und schon einfach neun Punkte. Das ist natürlich unverschämt. Unverschämt. Aber jetzt kommen noch die Auftragskarten. Ja. Und wir können ja mal abwechselnd. Vielleicht hier können wir das nochmal nahe machen hier. Dann können wir das hier sehen. Mellys Auftrag. Was hast du denn hier? Jede Menge Einfluss. Genau. Falls du mindestens einen Astronauten in jeder rot markierten Zone hast, erhältst du neun Punkte. Und das habe ich auch. Hast du geschafft. Ich habe mich natürlich ganz klar in den Plan gehalten. Okay. Dann würde ich einfach sagen, das gescored, das hast du quasi geschafft. Dann Alex. Ich habe hier, deswegen bin ich auch überhaupt nach Phobos geflogen. Falls du die meisten Astronauten auf Phobos hast, da hättest du sieben Regen. Ein Astronaut. Mein Astronaut ist gut gemacht. Der ein Astronaut hat mir quasi 16 Siegpunkte gegeben mit dieser Karte und die neun Ressourcenpunkte. Unfassbar. Hast du noch was? Das müsste ich mal gucken. Falls du die meisten Silvanitpunkte, also diese Sachen hier hast, das müsste man mal kurz durchschauen vielleicht. Ich habe sechs, sieben, acht. Ich habe sechs Chips, also zwölf. Ich habe zwölf. Ich habe auch zwölf. Dann hast du das leider nicht, weil du nicht gleich viel hast. Also das kannst du quasi wegtun. Das kann man knicken. Und dann, falls du die meisten Astronauten außer, also auf dem gesamten Maß hat, das glaube ich aber auch nicht, weil ich sehe hier so Mellis Armee. Also ich habe nämlich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Ich habe 14, glaube ich. Das ist so der eine von Phobos. Der hat dich gekostet. Aber da wären es auch nicht die meisten. Okay, also den hast du auch nicht. Das heißt, du hast einfach sieben Punkte mehr. Ich habe komischerweise, meine Sachen habe ich alle irgendwie nicht so richtig. Ich habe irgendwie Einfluss im Norden. Im Norden, das ist quasi, ich habe ich zwei von denen. Das heißt, es sind zwei Punkte. Gib mir mal ein Zwei-Punkte-Chip, dann kann ich das so einfach ganz gut. Dann Einfluss im Osten. Also das sind noch Sachen, die sich so gegenseitig widersprechen. Also hier, glaube ich, ich habe immerhin drei. Das sind vier Punkte. Also gibt es nur noch ein, 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 oder zwei, ein, ein. Nein, nicht ein, aber es geht ja ums Eismonopol noch. Ein netter Versuch. Netter Versuch. Ja, glaube ich. Willi, eine Zone, du hältst für jeden deiner Astronauten dort einen Siegpunkt. Dann muss ich natürlich, das wäre jetzt für Melli gut gewesen. Aber ich nehme drei Punkte. Ein Dreier. Genau, und jetzt kommt noch das Eismonopol. Jetzt aber. Jetzt kommt es drauf an. Ich habe nur zwei Eis. Ich war ganz bescheiden. Du hast so viel Eis, Mellin. Ja, ich habe fünf. Ich habe zehn. Zehn, 13 habe ich. Oh nein. Haben wir auch, hast du auch 13? Ich habe auch 13. Ich habe doch noch einen zusätzlichen Gehen. Nein, nein, dann kriegt keiner das. Ach nein. Nein, keiner kriegt es. Okay, das heißt einfach Punkte zählen. Ihr könnt eure Karten noch dazu zählen und dann ist finito. Nee, ich habe 14. Nee, nee, Entschuldigung. Zehn, 13. Alles gut. 13, sorry. 19. 37. 37 nur? Bist du dir sicher? Ja. Ich habe halt nicht. Ich habe, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 31. Okay. Krass. Dann, also ich habe hier mit. Wobei 31 plus 9. Okay, ich verzeih. Ich habe mich verrechnet. Okay, dann habe ich also doch verloren. Danke. Warte, ich kann nochmal, also ich habe hier ja mit der Karte 10 und dann habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mal 3 sind 21, oder? Ja. 21 plus 10 sind 31. Ja. 32, 33 und dann 34, 35. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 mal 2. Wow, 45. 45. 45. Aber trotzdem, es war dann doch recht knapp. Also ich habe die rote Laterne. Alex hat in seiner ersten Partie einfach mal gewonnen, aber das war nur dieser Phobos-Move. Deswegen war ich so irritiert, weil ich hatte ihn 14 und dann wird hier 37 gesagt und der hat da. Ja. Habt ihr aber hier den globalen Eisauftrag? Den haben wir eben nicht bekommen. Ach, den habt ihr ja. Ach, das ist ja unangenehm. Ja, aber wenn jetzt einer von uns den Eis macht. Aber warte mal, wenn ihr gleichstandmäßig ist, dann ploppt es ja so wie bei Las Vegas, ploppt ihr weg und ich bekomme die neuen Punkte mit meinen zwei Eisen. Nein, 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 du hast doch schon gewonnen. Na gut, okay. Ja, aber tatsächlich hätte einer von uns beiden den Eismonopol bekommen, dann hätte der gewonnen. Ja. Also es war jetzt doch ein knappes Rennen und ja, also man sieht, zu dritt geht es richtig schnell. Ist natürlich wirklich eigentlich für 4, 5 richtig gut gedacht und natürlich auch zu 6. Selbst zu 6 geht das Spiel halt noch ordentlich schnell. Das ist halt richtig cool. Ja, weil du diese simultane Karten auslegen hast, da muss man jetzt nicht groß warten, nur manchmal, wenn ich nachdenke. Sehr schön. Also ja, das wollten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Wie gesagt, bis Sonntag gilt jetzt noch dieser Rabatt. Danach aber, wenn das Video jetzt auch später guckt, also nicht traurig sein, könnt jederzeit noch vorbestellen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo es wirklich da ist, da gibt es dann, ja, dann wird es halt einfach ausgeliefert, aber sozusagen nur bis es da ist, gibt es diese Pickup-Option. Die gibt es dann später nicht mehr, also Essen-Pickup und Essen-Pickup, wenn man die Versammtkosten sparen will. Und nochmal der Hinweis, ich weiß, ein paar Leute haben es auch extra gemacht und gesagt, kein Problem, wenn ihr andere Sachen im Shop dazu bestellt, kriegt ihr die Sachen erst, wenn Roter Planet da ist. Und das kann dauern. Ja, also wie gesagt, mal wahrscheinlich Sommer, aber vielleicht noch später. Das heißt, wenn ihr jetzt wirklich andere Sachen dazu machen wollt, dann bitte extra bestellen. Ist halt wegen den Versandkosten. Und weil wir es auch oft dann, wir haben das mal angeboten und dann ganz oft halt, ist es doch die Bestellung verschickt gegangen und dann habt ihr das eine bekommen oder habt es doppelt bekommen und lauter so Sachen. Da sind wir einfach ein bisschen überfordert, tut uns leid. Überhaupt schon, diese Vorbestellung an sich ist schon so ein bisschen so ein logistisches Wabonk-Spiel, nenne ich es mal, aber es hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Und wenn mal ein oder zwei Bestellungen aus welchen Gründen auch immer nicht ankommen, dann schreibt uns und wir kriegen das alles hin, wie immer. Ja, also vielen Dank fürs Zugucken und fürs Vorbestellen natürlich. Ihr habt es wieder mal möglich gemacht. Danke dafür. Gratulation an alle, die das, freuen wir uns ja auch mit. Und in dem Sinne, bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.